Ein richtig guter Freistoß, da gab es für den Keeper nix zu halten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Schaut doch gut aus, es steht 2 zu 0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Zur Pause. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Durchgang 2 hat begonnen. Kamera. Wird das jetzt gefährlich? Geht er rein? Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke. Kamera. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Und hier hat sein Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Santos. Ein guter Doppelpass. Jetzt haben sie den Ball verloren. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht da an. Kribitz. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Für Raibura. Ducouré. Mesut Özil ist zum Menschen. Er entscheidet auf Freistoß. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Da muss er wohl es zeigen. Das war die Verhinderung einer klaren Torchance. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgefilten wird. Der Schiedsrichter werte dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Der überpasst. Sauber versenkt. Den verwandelt er sicher. Dem Druck stand gehalten. Elfer verwandelt. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und mit dem 3 zu 0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Die Gäste werden wechseln. Sie wollen das Tor jetzt hier zwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Da ist der Ball weg. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgefiffen. Abseits. Falcone. Das ist noch gefährlich. Klasse gehalten. Und er hat den Ball. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimannschaft. Da hat der Torwart gar kein Problem. Für Rai Vural. Super Flanke. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Methanier. Flanke waren nicht so gut. Die Abwehrspieler können klären. Es geht noch weiter. Vier Minuten gibt es extra. Und jetzt ein Zweikampf. Und jetzt der Schuss. Ganz knapp. Palomino. Und jetzt kommt der Freistoß. Ein klasse Tor. R4-RV. Wahnsinn.